Willkommen zurück meine hochwerten Zuschauer zur nächsten Episode der Into the Breach Kampagne. Wir haben die zweite Insel fast von weg gerade säubert bis sie angefangen haben den Rest der Insel kaputt zu machen und jetzt bereiten sie ihren Angriff auf das Firmenhauptquartier vor. Wir haben allerdings noch einen Mech Reaktor den wir installieren können und ich würde mal sagen was ziemlich nützlich wäre wäre weitere HP denn diese Artillerie ist schon recht schwach auf der Brust muss ich sagen dieser Acid Tank den ich bekommen habe braucht zwei Reaktorkerne um zu funktionieren was ein bisschen doof ist das heißt wir brauchen ihn gar nicht erstmal benutzen oder wenig zu... Oh! Oh! Moment mal. Have I used this in another timeline? Können wir mal kurz probieren. Mal gucken wie der funktioniert. Ok und jetzt? Oh wow das heißt wir sind mit einem weiteren Okay ich habe nicht mehr die Dash Fähigkeit was ein bisschen doof ist aber wir gucken mal was macht dieses Gift jetzt eigentlich Ich weiß gar nicht was Acid verursacht. Ah ok. Inflicts Acid on the first unit. Ok. It stabs on the space. Aber das ist gar nicht schlecht. Muss ich sagen wenn man so ein Panzer hätte hat er eine weitere Einheit mit der man den Gegner schwächen kann. Die Frage ist nur will ich dafür den Dash aufgeben. Buildings Immune will ich auf jeden Fall nicht aufgeben. Viel zu wertvoll. Viel zu wertvoll. Also ich glaube das erste was ich mache ist ich erhöhe die Lebensenergie der Artemis Artillerie also unseres Decors. Dann kann die nämlich auch ein bisschen... Oh yeah listen to that Magpur. Wie schön. Dann können wir nämlich den auch ein bisschen mehr als in Anführungszeichen Tank benutzen. Eine Weg Monstrosität greift unseren Turm an. Wir müssen ein letztes Mal, wir müssen uns ein letztes Mal auf euch verlassen um uns zu helfen. Gut. Wir verteidigen den Turm und müssen den Käfer anführen. Wir haben einen Käfer, der macht drei Schaden. Eine ganze Menge Lebensenergie. Wir können ihn auch nicht ins Wasser schieben zum Vernichten. Wir haben einen Alpha Käfer und einen Skarabeos Käfer. Verstanden. Wenigstens keiner der uns festhält. Okay. Im besten Fall können wir nur gegen drei Angriffe durchführen. Wow. Charge and light every tile in the path on fire. Das ist jetzt alles in Flammen. Toll. Okay. Wir machen hier mal so eine Blockade aus drei unserer Mechs. So. So. Let's turn back into realms. So. Wie sieht's aus? Das sieht momentan gar nicht so schlimm aus. Ja. Da bietet sich gerade was sehr gutes an. Wir können mit der Artillerie auf diesen Skarabeos Käfer schießen. Der wird ihm einen Schaden zufügen. Den eins rüberschieben und den eins hier rüberschieben. Dann greift er an. Und zwar diesen Berg. Wird nächstes mal in der nächsten Runde beschädigt von diesem Weg der hier auftaucht. Dann ist der Angriff deaktiviert und der Angriff deaktiviert. Und Schaden haben wir auch noch gemacht. Das ist erstmal ein No Brainer. Das machen wir. Das ist perfekt. Besser geht's nicht. Moment. Ein bisschen besser geht's schon. Nämlich wenn ich den vorher weg bewege. Damit ich keinen Schaden nehme. So. Ansonsten können wir glaube ich erstmal. Dann ist der hier auch ein Feld weiter drüben. Ja. So. Damit hätten wir den ausgeschaltet. Im nächsten Zug. Den können wir auch noch ausschalten. Indem wir ihn ins Wasser verschmeißen. Oh ja. Das wäre eine echt gute Aktion. Und wie kriegen wir das hin? Kriegen wir hin. Indem wir ihn einmal hier weg prügeln. Den weg weg prügeln. Und ihn dann ins Wasser schieben. Ja. Mit dem Schuss von Tatjana. So. Nice. Perfekte Runde. Oh. Jetzt haben wir wieder so einen Explosionstypen dabei. Aber diesmal ist es gar nicht mal so schlecht. Wenn der explodiert. Oh ja. Dann macht er tatsächlich bei denen um ihn herum Schaden. Weil er macht erst dort Schaden wo. Nachdem sich alle Einheiten bewegt haben. Gut. Aber letztendlich ist es nicht so schlimm. Letztendlich ist es nicht so schlimm. Ich gehe hier hin. Lass ihn explodieren. Dann wäre das erstmal das. Dann schieben wir den wieder hier rüber. Dann ist er uns wieder egal. Blockiert er nochmal den Spawn. Und nimmt dadurch wieder einen Schaden. Dann können wir nochmal auf ihn schießen. Wir schießen hier drauf. Ne. Der muss weg. Das ist die beste Vorgehensweise. So. Den können wir zwar blockieren. Ist mir eigentlich egal. Oder wir prügeln jetzt so richtig heftig. Auf diesen weg. Den Chef weg ein. Wir können einmal hier zwei Schaden verursachen. Wir verursachen hier nochmal Schaden. Dann kriegt er nochmal Schaden. Ist vielleicht gar nicht schlecht. Probieren wir das mal. Oh nein. Der Angriff ist gecancelt worden. Ich Idiot. Das war ziemlich dumm. Das war. Das müssen wir resetten. Das ist zu kritisch. Das ist zu kritisch. Dann machen wir lieber den explosiven Typ kaputt. Wir machen den Psyon kaputt und blockieren dann mit unserem Panzer den nächsten Eintrittspunkt. Jetzt hat er noch ein, zwei, drei, vier, fünf Lebenspunkte. Ist nicht so schön, aber es könnte schlimmer sein. So. Reparieren wir uns. Macht zwar nichts, aber Psychologisch. Bam. Und der Gegner, der rauskommt, ist glaube ich gleich in Flammen. Perfekt. Okay. Soweit so gut. Wir haben nur einen kritischen Angriff. Den müssen wir jetzt aber allerdings wirklich, das ist jetzt mal wirklich mal Schaden machen. 1, 2, 3. Genau, wir bewegen uns hier runter. Prügeln den. Runter in dieses Gebiet. Komm, wenn wir nicht aufpassen, kommen drei Gegner. 1, 2, 3. Der brennt, das heißt, er nimmt einen Schaden pro Zug. Erste Aktion ganz klar. Wir schießen den Skorpion mit der Artillerie ins Wasser. Teach you to tackle what dominated planet. Alles andere wäre doof. Zweite Aktion. Wir prügeln dem nochmal zwei Schadenspunkte rein. Jetzt können wir nochmal Schaden machen. Und dann ist er so gut wie tot. Oder wir stellen uns hier hin. Und akzeptieren, dass wir Feuerschaden nehmen. Wir haben nur zwei Schaden im nächsten Zuge und noch zwei Punkte übrig. Oder ich lasse ihn einfach stehen. Und benutze unseren untargeted Strike. Dann brennt er. Wenn wir ihn rüber schieben. Vielleicht auch nicht schlecht. Dann können wir hier weiter den gegnerischen Angriff blockieren. Indem wir einfach da stehen. Oder wir machen einfach hier einen Schadenpunkt. Einen Schadenspunkt. Warum nicht? Nein! Ah! Das war ziemlich doof. Huh, 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 huh. Und ich schieße einfach auf ihn. Oder anzünden. Alle Einheiten, die im Feuer gestanden sind, fangen an zu brennen. Und dann ist er wahrscheinlich schon von alleine kaputt. Okay, das ist jetzt die Theorie. Er kann sich noch zweimal bewegen. Und müsste jetzt jedes Mal Schaden nehmen. Genau, damit wäre er im nächsten Zuge. Okay, es gibt nur. Der Angriff ist kritisch. Der ist uninteressant. Oh man, damit ist er eigentlich schon tot. Mit dem muss ich gar nichts machen. Der ist schon tot. Den muss ich wegschieben. Schiebe ihn ins Feuer. Dann ist er auch tot. Die Artillerie. Die überlebt das. Muss mir keine Sorgen machen. Und ich will auch nur mal sicher gehen, dass er wirklich tot ist. Aber er brennt. Er sollte sterben. Vorhin hat er ja auch einen Schaden genommen, bevor er was gemacht hat. Genau, also der ist tot. Den können wir töten. Einfach durch einen Angriff. Wir schießen einmal drauf, dann fällt er wieder hier zurück. Er ist sowieso tot. Ich muss es, ich muss es machen, damit er uns nicht, ähm... Hm. Der brennt. Brennt auch. Ne, ich muss ihn wegschieben. So, damit ist der tot. Damit ist der tot. Den Skorpion würde ich am liebsten auch killen. Geht das irgendwie? Nicht so richtig. Ihr könnt hier drauf schießen. Dann nehmen die alle einen Schadenspunkt. Es lohnt sich nicht so wirklich. Ich glaube, ich würde den Schaden einfach mal absorbieren. Und warten, bis er wieder zurückkommt. Der ist kaputt. Der ist kaputt. Der ist... Den können wir auch kaputt machen. Und dann ist es gut. Ich habe keine weiteren Ansprüche. Leider kann man keinen anderen Mech reparieren. Ist ein bisschen schade. Oder ich hau den auf. Jetzt nochmal völlig kaputt. Weil, was will ich sonst mit dem Angriff anfangen? Kriegt sie nochmal zwei XP. So, yeah. Perfekt. Die VEG may run, but they won't get far. Und damit haben wir die zweite Insel befriedet. Sie muss zugeben, dass das eine beeindruckende Leistung war. Sie werden nun einfacher ruhen können. Wissend, dass die VEG-Monster nicht mehr ihre Insel infizieren. Perfekt. Und unsere Zeitreise hat den Maximum am Level erreicht. Sehr gut. Sehr gut. Und wir können unseren Ruf wieder ausgeben. Was haben wir hier? Schild Protector. Oh, da kriegt man ein Power Penalty. Interessant. Aber ich glaube, man kann sowieso wieder verkaufen. Das heißt, so kann ich den Reputation Punkt mit weiternehmen in die nächste Runde. Was haben wir sonst noch? Da brauchen wir zwei Power dafür. Flammenwerfer. Push Target Tile and Light Tiles on Fire. Das macht also effektiv drei Schaden. Wenn der Gegner im nächsten Zug immer noch einen nimmt. Shield Array. Apply Shield on Nearby Tiles. Gar nicht schlecht. Aber das ist eine Wissenschaftsklasse Waffe. Und die können wir offensichtlich nicht benutzen, weil wir keinen Mech haben, der damit funktioniert. Schade eigentlich. Und was ist das hier? Weiß Fist. Grab a unit and toss it behind you. Oh, interessant. Und zwar muss man dafür keine Power ausgeben. Und ich weiß dann mittlerweile, wie extrem nützlich das ist, Gegner zu bewegen. Deswegen nehmen wir den. Wir nehmen den Flammenwerfer. Vielleicht können wir den Piloten verkaufen oder lieber nicht. Können wir eh nicht benutzen, den Shield Projektor. Also was soll's. Nehmen wir vielleicht lieber den Flammenwerfer. Der ist schon ganz cool. Muss ich sagen. Oder nochmal einen Reaktorkern. Nehmen wir mal den Flammenwerfer. Für drei Schadenspunkte. Jetzt gucken wir mal, ob er das benutzen kann. Not powered. Dash. If only I could take this with me when I open another bridge. Aha, aber damit funktioniert der. Dash nicht. Dann probieren wir es trotzdem so aus. Und dann brennt der. Ah. What? Macht er keinen Schaden? Jetzt. Hä? Ach so, das beschädigt nur Einheiten, die bereits brennen. Ich Idiot. Ich Idiot. Okay, und was ist da noch? Kann das auch der Panzer benutzen? Ich frage mich, wie der Panzer das macht. Aber offensichtlich kann er das auch benutzen. Wie interessant. Na gut, wir brauchen auf jeden Fall die Kanone, das ist klar. Wir brauchen auf jeden Fall seine normale Fist. Und der Dash war eigentlich auch einfach unverzichtbar. Der Flammenwerfer. Boah, ist vielleicht irgendwie so ein bisschen ein Fehlkauf gewesen, irgendwie. So ein kleines bisschen. Targeted Strike braucht keine Eck, hat keine Energieanforderung, was super ist. Falsche Klasse. Ach, das kann sowieso nur unser Sturm-Mack benutzen. Prime Class Weapon, jetzt verstehe ich das Ganze erst so langsam. Aber diese Faust, die könnte schon sehr nützlich sein, denke ich mal. Um Gegner zum Beispiel auf Felder zu werfen. Die wir... Na genau, das kostet auch keinen extra. Das passiert eigentlich... Oh, ich kann ihn nicht reinwerfen, wenn da... Ah. Gucken wir mal, was passiert, ob ich ihn in einen Berg reinwerfen kann. Was dann passiert? Gut, das ist dieses Überprüfungs... Ah, das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Aber hier gibt's Wasser. Kann ich die Leute ins Wasser werfen? Hm, probieren wir mal aus. Gut, kommt hier. Ja, haben wir eben weg, haben wir eben weg, so. Und... Achso. So, jetzt werfen wir den ins Wasser. Perfekt. Okay, das geht. Das ist gut. Verursacht keinen Schaden bei Verbündeten. Das heißt, wir können auch unsere Verbündeten eventuell aus dem Weg bringen. Aus dem Weg schieben. Okay, für einen Schaden ist das auch nicht sooo wichtig. Ah, tut mir leid, dass ich jetzt hier so ein Gebrauch habe. Aber das ist ja schon irgendwie interessant. Wir können eine weitere Grid Power kaufen. Jetzt der Flammenwerfer scheint mir irgendwie ziemlich nutzlos zu sein. Vielleicht sollte ich ihn einfach wieder verkaufen und sagen, okay, Fehlkauf. Stattdessen hole ich mir noch einen Reaktor-Core. Ich glaube, so mache ich das. Obwohl es natürlich... Na, gucken wir jetzt mal. Brauche ich außerdem noch eine... Ja, okay. Verkaufen wir unseren Flammenwerfer. Holen uns noch einen Reaktorkern. Wir haben nämlich keinen Wissenschafts-Mech. So. Dann haben wir nämlich zwei Reaktorkern und wir können den Giftpanzer kaufen. Und dann sind wir zu viert auf dem Schlachtfeld. Und das wäre schon super. Muss ich jetzt mal echt so sagen. Das wäre schon super. Oder wir leveln unsere Taurus-Kanone auf. Um doppelt so viel Schaden zu machen. Okay, jetzt probieren wir den aus. Ich denke, das wird sich schon lohnen. Now we're playing with fire, I think. What is this? So, und damit nehmen die Gegner mit Sicherheit Schaden über die Zeit. Aber wie das Ganze hier ausgehen wird... Oh, final mission. After securing two corporate islands, the final mission is complete. Aha. Das skaliert also mit unserer eigenen Erfahrung. Das heißt, es wird immer schwieriger, je mehr wir machen. Aber ich denke, am Anfang machen wir auf jeden Fall noch die anderen Missionen. Gut, aber wie das weitergeht, sehen wir in der nächsten Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.